herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme des mobile mittwoch wir spielen heute tactic cool ich habe keine ahnung was das hier sein soll ich ja sehe hier nur dass das so eine art overhead tactical shooter sein soll aber schauen wir doch mal was hier abgeht so ok schießen machen wir automatisch ich mache das ganze ganze hier mal ein bisschen lauter hört auch ein bisschen von der mucke so ja jetzt fahren wir sogar mit dem auto ok das gestaltet sich gar nicht so leicht gerade fest so ja okay das hier ist alles noch tutorial ok jetzt schmeißen wir eine granate ok ist jetzt gar nicht so verkehrt wenn ich ehrlich bin und jetzt steigen wir schon wieder in ein auto ein ach so ok das war also das tutorial ja und wie es aussieht haben wir hier auch wieder micro transaction gedöhnt aber wir haben ja eh noch nichts was wir irgendwie äquipten können von daher direkt wieder raus hier ich mache jetzt ein online match ok ach so und dann schauen wir mal wie wir uns hier schlagen ja ok ja bricht nix wenn da keiner ist so oh Gott und diese steuerung ist schon arg gewöhnungsbedürftig du wirst vom zug erwischt ja dann machen wir das nochmal ok wo sind sie die gegner da sind ein bisschen verbündeter aufpassen zug ach ich wurde erschossen von hinten alles klar also viel reißen kann ich hier in diesem spiel noch nicht aber das macht absolut nix ja dreh dich doch ok nee das match verliere ich jetzt hier ich musste nachladen ja ja ich sollte mich verpissen ich sollte mich verpissen ja ich verpiss mich gibt es hier nicht irgendwie medipex oder was weiß ich ja ja der hat eine schrotflinte ja das wird nix oh ich habe ihn doch noch erwischt ja kollege bewegst du dich jetzt auch nochmal oder was dann würde ich hier grad nicht bewegen oh jetzt bin ich aber hier gut dabei nee ich will nicht kriechen so mein gott jetzt rocke ich aber hier ja ohne was zu können oh nein da kommt ein zug ich hau ab nein nicht kriechen so ja 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 du mit deiner schön hier mit deinem spreader oder was das ist was du da hast und dafür kriege ich jetzt hier ein bisschen kohle und bin dann ein bisschen im level aufgestiegen ja ja das war eine runde in tactic cool ich denke ihr habt jetzt aber auch erstmal alles gesehen ja das gibt es derzeit kostenlos im playstore finde ich gar nicht so verkehrt wenn ich ehrlich bin aber ja ja ich denke das soll es auch schon wieder gewesen sein ich bedanke mich für die aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten mal euer huli nerd ciao